Hallo zusammen! Und zwar haben wir eine neue Verordnung, dass bei solchen Kühlboxen hier der GWP, also das globale Erwärmungspotenzial, aufgeführt werden muss und das CO2-Äquivalent. Und jetzt habe ich hier eine Box gekriegt von Insel. Insel ist einer der größten Hersteller von Kühlboxen. Und hier, also ihr müsst das verstehen, das ist unter der Abdeckung. Die Abdeckung kommt hier so drüber. Und ihr seht den Zettel hier nicht mehr. Wir machen jetzt wieder auf. Ich habe die Box hier, weil der Ventilator kaputt ist. Und hier steht, Kältemittel ist das R134A und da sind 28 Gramm drin, beziehungsweise 0,028 Kilogramm. Der GWP ist 1330 und das CO2-Äquivalent ist 0,040 Tonnen. Und wenn wir die Box hier umdrehen, dann steht das hier wieder auf dem Tippenschild, dass das Kältemittel das R134A ist und das Gewicht in 0,28 Kilo, also 28 Gramm. Jetzt wissen wir ja alle, wo der GWP ist. Das ist bei 1430, haben wir vorher gesehen. Aber der ändert ja nicht an so einer Box oder nicht am Kältemittel, sondern das ist dann immer aufs Kältemittel der gleiche. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier, habe ich das BITZER-App, da kann ich dann schauen, wo der GWP ist oder ich kann bei Wikipedia nachschauen oder sonst was, wenn mich dieses GWP-Globales Erwärmungspotenzial interessiert von diesem Kältemittel. Jetzt bei unserem Box hier, da sieht es anders raus, aber wir schauen erst mal was anderes an. Wir sprechen ja von Treibhausgasen, das CO2. Also das ist ganz giftig, hat es in jedem Cola drin, Bier und so weiter. Also wir sind schon lange gestorben. Und ich habe hier verschiedene Gase, Wasserstoff, Helium, Steckstoff, Sauerstoff und eben... Die Gase hat man schon was gehört, Wasserstoff, das ist der leichteste Stoff, den wir haben. Der geht am besten aufwärts, da wurden dann die Hindenburg und sonstige Zeppeline gefüllt, die sind leider abgebrannt. Dann hat man gesagt, man geht auf Helium. Das hat ein Gewicht von 125 Gramm pro Kubikmeter. Und Helium ist aber bereits fast doppelt so schwer, nein, nicht ganz, 1,5 mal schwerer als Wasserstoff. Also Wasserstoff würde einen Ballon besser tragen oder einen Zeppelin als zum Beispiel Helium, aber Helium brennt nicht. Wenn wir dann in der Dichte weitergehen, Stickstoff, das ist der größte Teil unserer Luft, das ist 10 mal schwerer als Helium. Sauerstoff ist nicht weit daneben. Sauerstoff haben wir etwa 20% Luftanteil. Die sind da unten bei uns auf der Erde und Sauerstoff haben wir dann hier unten, auch sammelt sich unten, aber das Kohlenwasserstoff hat eine Dichte von 1,9 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt, das ist von diesen Gasen, die ich hier aufgeführt habe, das schwerste. Also wo ist dann das schwerste Gas, unten oder oben? Ja unten, das sammelt sich hier oben. Dann erzählen uns die intelligenten Grünen, dass das da oben ist und das Treibhaus produziert. Wir haben da oben kein Treibhausgas. Das Treibhausgas CO2 brauchen wir in den Treibhäusern, dass die Tomaten wachsen. Aber wir gehen jetzt weiter zum CO2-Äquivalent, was ja nach EU-Verordnung hier bei dieser Kühlbox hier aufgeführt ist, aber man es ja nicht sieht, weil es keine Sau interessiert. Aber wir haben eine neue Verordnung. Wir haben EU-Verordnung, wir zahlen der Steuern, da müssen die was tun. Ich habe hier jetzt unsere 56er Kühlbox, diese Kühlbox hier. Wir sehen hier, die hat das Kältemittel-Referingant, das ist Französisch, Schweizerdeutsch, 290 drauf und 26 Gramm. Und wenn wir hier wieder aufs App gehen, bei Bitzer, wir suchen dann hier oben 290, dann hat das hier R290, hier R290, das hat ein GWP von 3. Das könnt ihr auch bei Wikipedia nachschauen und so weiter und so fort oder Kältemitteltabellen oder vom Hersteller erfahren oder sonst was, aber ruft den nicht an. Stellt euch nicht blöd. Wie berechnen wir jetzt hier dieses CO2-Äquivalent? Wir wissen, der GWP bei diesem Kältemittel ist 1430, könnt ihr mitrechnen, mal die 0,028 Kilogramm, das heißt 28 Gramm, multipliziert sind 40, man sieht es wahrscheinlich nicht, Kilogramm oder 0,040 Tonnen CO2-Äquivalent. Also wenn man zur Grundschule gegangen ist, hätte man das lernen können. Nur wir haben ja heute viele grüne Lehrer, die das auch nicht verstehen. Und jetzt hier haben wir das CO2-Äquivalent von dieser Kühlbox hier. Wir haben 0,026 Gramm drin, obwohl das schon die größere Box ist. Hier haben wir 18 Liter hier, wo haben wir 56 Liter Volumen. Mal den GWP von R290, ist 3. Dann haben wir 0,078, weil man ja das aber in Tonnen angibt, sind dann das 0,000078 Tonnen. Und jetzt kommt das große Geheimnis. Indle schreibt das hier unten an, unter der Abdeckung. Weil es keine Sau interessiert. Weil es jeder ausrechnen kann, wer es interessiert, weil wir haben auf dem Tippenschild die Daten drauf. Und wir, wir haben jetzt das ganz einfach gelöst. Wir schreiben das auf der Innenseite vom Verdampfer an. Das heißt, hier innen drin, hier in diesem Verdampfer läuft ein Rohr. Und hinten zwischen Schaum und Rohr haben wir das angeschrieben. Echt, das ist die Wahrheit. So, wie uns das CO2 das Treibhaus erwärmt. Punkt. Glaub dran. Gut, das soll es gewesen sein über dumme Politiker, dumme grüne Politiker, die wir heute als Lehrer haben, dass wir richtig dumme Schüler kriegen. Ich weiß noch, wir sind zur Schule, da hatten wir 35 Schüler in der Klasse. Und ein heutiger Lehrer ist bei 10 schon überfordert und hat ein Burnout. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.